Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt ist der Fünferlooping am Start, den wir euch heute vorstellen möchten. Und was ich total lustig finde, da gibt es eine Mindestgröße, die kriege ich knapp hin. Also ich hoffe, ihr schafft das. Ist übrigens insofern cool, dieser Fünferlooping, weil es ist der erste und einzige transportbare Fünferlooping auf der ganzen weiten Welt. Und jetzt bei uns im Prater. Also bitte führen wir uns das nochmal zu Gemüte und ich hoffe, ja, ihr wisst schon, dass nicht gewisse Dinge rauskommen, die nicht rauskommen sollen. Also mitkommen, Spaß haben. Also mitkommen, Spaß haben. Also ich muss echt sagen, ich quetsche mich da jetzt mal durch, einfach, oh, warte mal. So, die Frisur hält nicht, mal wieder nicht. Es drückt dann die Tränen raus, muss man schon ehrlich sagen, aber es ist echt die ganz große, fette, coole Scheiße, muss ich sagen.